Hallo Nation! Großes Talent kommt zu Borussia Dortmund, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, soll Joscha Wagnumann in der Notiz von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl stehen. Konkrete Gespräche hätten Zwar noch nicht stattgefunden, die Verbindung befinde sich aber noch in einem frühen Stadium, unbestritten ist jedoch, dass der BVB weiterhin auf der Suche nach Verstärkung auf der rechten Abwehrseite ist. Die Alvinegro suchen noch nach einem Käufer für Thomas Meunier, der Anfang Juli 2023 von einem ehemaligen Verein an die Tür geklopft wurde, mit Joscha Wagnumann kann nun ein Verteidiger mit Bundesliga-Erfahrung einsteigen, der im März 2023 sogar sein Debüt im Trikot der Deutschen. Nationalmannschaft feiern konnte, neben Borussia Dortmund sind die guten Leistungen von Joscha Wagnumann beim VfB Stuttgart natürlich auch anderen großen europäischen Vereinen nicht verborgen geblieben. Laut Stuttgarter Nachrichten gehören dazu auch englische Premier League-Klubs. Konkrete Namen sind noch nicht bekannt, allerdings soll Joscha Wagnumann selbst nicht die Absicht haben, sich zu ändern. Der 22-jährige, gebürtige Hamburger ist beim VfB Stuttgart zu Hause. Zudem dürften die Schwaben Kein Interesse daran haben, den formstarken Rechtsverteidiger abzugeben, berichtet die Lokalzeitung, damit sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen. Hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.